ist hier dort dass ich hier baue aber dafür muss ich auch erst mal hier den Weg anlegen dass ich hier was bauen kann und ich werde auch gleich anfangen mit dem Weg wenn ich schon mal dabei bin so und hoch, hoch, hoch so na, komm Junge, schwimm ach ja, ich kann gucken ah, jetzt habe ich mein Lehm vergessen ne, das ist nur Erde, so jetzt muss ich wieder zurück und den Lehm holen doof ich bin so hübsch verplant immer deswegen laufe ich wieder zurück hier so, weil es lustig ist weil ich hier Spaß an der Freude habe so, hüpf hüpf scheiß Erblock, hat mich gebremst hier so, hopp, 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 hopp so nehm ich hier den ganzen Schrott hier mit danke und ab durch die Tür und da, wieder den Lehm mitgenommen so, hoppala aber hier fiel schon wieder was weg was ich nicht wegwerfen wollte so ich könnte auch mal ein Zugsystem hier rüber bauen Lore und ab dafür so hier gehe ich nochmal unter gehe ich ein bisschen auf Tauchstation gucken, ob ich hier wieder was Lehmiges finde und Bingo kurz aufgetaucht wo ist meine Schaufel da ist sie verflucht man reiche mir meine Schaufel so erst einmal auf Land gehen so, den Bogen wieder verräumen Schaufel die zur Hand und abtauchen so und den Lehm abgebaut baue ich wohl gern unter Wasser ab so schwimme ich schnell hoch kurz Luft geholt und wieder ab dafür so voll das Lehm vorkommen hier so komm schwimmen 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 ja genau so muss ich auch mal gucken dass ich es hier trocken lege dann geht es ein bisschen schneller hier so komm es dauert immer eine Zeit bis der mal richtig hier durchstartet so und wieder runter hier nehm ich wieder alles mit was ich hier finden kann äh verpiss dich Qualle ja jetzt verrecke ich wegen dir oder wat vergiss es so wieder abtauchen mei scheiß Qualle verpiss dich will mich hier hindern dass ich hier das Lehm abbau na komm start durch Junge ja und noch eine weil es so lustig ist oh mein Inventar ist voll glaubt man es nicht so schwimme ich hier mal wieder an Land da muss ich noch mal kurz unterbrechen so da bin ich auch wieder kurz ein paar Bedürfnissen nachgegangen muss ja auch mal sein nicht dass ich hier Platz das ist ab und zu schon blöd heute hab ich ein bisschen viel gesoffen aber muss das Zeug auch mal raus ne mein Inventar ist knackenvoll brutal so ja Schafe ich könnte euch wieder scheren ich weiß schon so aber kurz wieder geguckt ob ich nicht auf Mute aus Versehen geschalten hab nicht dass ihr mein Gequatsche nicht hört sonst ist das alles hier nur halb so lustig so und da seh ich auch schon unser Häuschen wunderbar dann packe ich auch gleich die Erde aus und mach einen Weg dass wir hier schöner zu unserem Abbaugebiet gehen können aber erstmal widme ich mich dann unserer Zucht dass die auch hier mal vorankommen wieder so hoch hoch wird eh schon wieder dunkel der der Fußmarsch dauert schon ein bisschen so ist ja nicht so hoppala falscher Ort ah hier haben wir eh noch hier haben wir eh noch Bricks so 64 8 Kohle bitte 1 2 3 4 5 6 7 8 so und nochmal 1 2 3 4 5 6 7 8 und nochmal mit Lehm hier so er ist hier raus 1 2 3 4 5 6 7 8 hier haben wir noch ein paar Steine ok dann muss man das Eisen dran glauben so 1 2 3 4 5 6 7 8 und hier mache ich gleich mal die 8 voll und gebe hier das Eisen hinzu muss ich mal gucken ob ich nicht irgendwo noch was verräumt habe dass ich hier dazu werfen kann und habe ich sogar äh fuck so lege ich gleich mal nach so 10 Stück sind noch über erstmal wieder kurz was gefressen so so und dann schnell schlafen gelegt dass wir am nächsten Morgen wieder froh und munter weitermachen können mit unserem Häuschen und dem hier dieser Trauerweide da drüben so komm her äh huch äh huch so zack 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 einer ist übrig ist ja auch nicht schlimm 53 von den Ziegelsteinen nett sage ich da nur nett so bald dürft es endlich reichen mit unserem Lehm mit unserem Lehmgesammle nein was mache ich denn hier so abgebaut so brav die Ziegelstextur gefällt mir auch besser so ist ja nicht aber da muss man schon sagen Honeyball macht schon ein schönes Texture Pack oder schöne Texturen Packs so Pflastersteine wieder hoch gemänkelt Kies hier hin Pflastersteine so hüpfe ich mal hier rüber ja sieht gut aus jetzt werfe ich hier mal das Eisen nach dann ist hier Ruhe habe ich auch noch zwei Kohle nach dürfte reichen so dann 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 und dann und dann und dann nehme ich die zwei mit die Axt lasse ich auch beim Manne ich mache mir noch drei Schäufelchen zwei drei so bestücken jetzt hole ich noch schnell das Weizen hier dass ich hier mal eine Vermehrung zusammenbringe von meinen Tieren jetzt habe ich doch schon wieder gut Fleisch gegessen so und dass meine Weide auch wächst so dann muss ich hier so du und du Müllers Kuh du und du und du und du so drei neue Kühe ist ja nicht verkehrt für die Schweinis natürlich gibt es das auch erstmal mit dem Kotelett hier aufgemacht du und du du und du und da ruckelt Minecraft du und du so moi moi bist du putzig und du bist leider allein oder wie ja hilft nicht Schwein hilft nicht so dann bringe ich das Weizen noch schnell zurück und hole mir mal wieder massig Erde was ich hier was schönes machen kann so Erde 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 Ach bin ich schon wieder voll legen wir noch ein bisschen was ab wie das Weizen zum Beispiel oder die Zombie Händchen oder nix ich könnte natürlich auch naja gut Eisen kann ich mitnehmen das Gold kann ich wegpacken hier habe ich noch Strings und Gunpowder Knochen habe ich Strings Oh ja gut dann dürfte das mal reichen die Spitzhacke mache ich hier hin die Schaufeln kommen hier her zwei Stück brauche ich auch nicht gleich in der Hand so dann passt das mal dann mache ich noch Türlicht den Weg so gut euch geht es gut Jungs dann ist gut so dann kommt hier mal so ein Dreierweg weg hier so oder ja hier so drei breit hier mache ich wieder so einen Abstieg wieder dass ich hier auch wieder hochkomme und dann geht es hier mal na beschissen los ja da ist ja schon wieder ein Grasblock ist ja klar wie mich das Gras ab und zu hier nervt so dann mache ich hier schon mal klar Schiff weil ich hier mit Kobbel drüber will nee nee so machen wir mal so machen wir hier so einen unähnlichen Weg machen wir hier schön auf eine Höhe auch auch wenn wir hier einiges aufschütten werden so da scheiße ich mal auf die Natürlichkeit und so bringe ich meine Erde auch mal an na gut um ehrlich zu sein wir sind da schon verdammt hoch unterwegs müsste ich doch dann mal so runterbauen mache ich hier so oh oh